Ach komm, das ist, das gibt's doch nicht. Ich bin tot. Ich weiß. Ich bin auch echt tot. Hey, ein Schuss und so. Ich hab alle beide. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Escape vom Taco Video. Heute Highlights der letzten paar Tage mit einer kleinen Änderung und zwar, ich habe jetzt viele suspekte Situationen gehabt. Der eine zeige ich euch jetzt hier gleich, die für mich auch sehr, sehr suspekt war. Ich weiß nicht, ob es ein Cheater gewesen ist, aber an dies hing. Es ist mir relativ Latte, auf jeden Fall abnormal, wie man so sterben kann. Und das habe ich jetzt letzte Zeit sehr oft gehabt, besonders jetzt mit dem letzten Patch. Und ich habe mir sagen lassen, von anderen Leuten oder auch von anderen Streamern habe ich gesehen, dass die halt auf anderen Servern spielen. Ich weiß nicht, welche sie benutzen. Ich habe mich jetzt für Amerika entschieden. Und da habe ich mir drei Server ausgewählt, die mit dem niedrigsten Ping, um das mal auszuprobieren, ob das wirklich stimmt, dass man da weniger D-Sync hat, etc. Einfach mal ausprobieren. Ich habe ungefähr 15 Rates gemacht und eins kann ich dazu sagen, nicht eine einzige suspekte Situation. Ich rede nicht von Cheatern wirklich, sondern von D-Sync, wenn man aus der Deckung rausgeht, jemanden beschießt, wieder schnell in die Deckung reingeht, noch nicht mal ins ADS wechselt, sondern einfach nur aus der Hüfte Hipfire macht. Man verschwindet wieder, man läuft sogar ein paar Meter wieder weg und dann fällt man um. Nicht mal durch den Kopfschuss, sondern durch Thorax. Also heftige D-Sync auf den EU-Servern. Ich hatte Probleme auch hier. Ich weiß, das sollte man auch nicht tun. Andere haben auserwählte Server. Müsste ich auch mal machen. Vielleicht hat ein oder andere einen Tipp von euch für mich. Aber ich habe es jetzt wirklich mit den NA-Servern probiert. Und meiner Meinung nach klappt ganz gut. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Also das sollte auf jeden Fall nicht Sinn sein, dass ich irgendwo auf einer anderen Kugelspiele bzw. Halbkugel rüber nach Amerika wechseln muss, damit mein Spiel besser läuft. Ich wohne in Deutschland und in Deutschland und Europa müssten die Server meiner Meinung nach für mich am besten sein. Und nicht irgendwelche Server irgendwo in Tel Aviv oder Washington oder was weiß ich wo. Naja, egal. Ich wünsche euch bei dem Video natürlich viel Spaß. Und falls ihr noch nicht Abonnenten meines Kanals seid, dann könnt ihr das gerne hier unten nachholen. So verpasst ihr kein neues Video mehr von mir über den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Und natürlich über den Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer John Ricks. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, bei mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 What's going on over there? So weit vor gelaufen, scheiße. What's going on over there? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Interessant wäre zu wissen, ob hier niemand ist. Ich hoffe, dass hier niemand ist. Okay, ist das am obersten Stock weg? Wissen die, wo ich bin oder was? Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, der Schrank rennt jetzt nicht mehr weg. Okay, toller Pesch. Das war's für heute. Das war's für heute. Er hat Besuch bekommen. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Was macht ihr da? Das war's für heute. 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 BR Ship fast. Go! Call an ambulance! Das war's für heute. 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 Okay, Sir. But I need it. Thank you fucking shit. Oh, spannender Kampfer. Oh, naja. Gab schon ein besserer Gegner. Gegner auch, Mari. Okay. Einer ist unten drin. 100%ig hat einer hier, ich meine, mit der SKS geschossen, schall gedämpft. Oh, die Bescheidete 5-7 wieder drin. Oh, die Bescheidete. Okay. Ich muss mich hier schauen. Ich muss mich hier schauen. Noch mehr Lut. Danke. Okay. 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 Okay.